Ja hallo und servus, heute gibt es wieder ein spannendes Interview und zwar mit dem Michael Kotzur und da geht es um das Thema Traffic und wenn du bis zum Schluss dabei bist, erhältst du nicht nur einen geilen Content, sondern wir haben noch ein geiles Geschenk für dich und zwar einen 10% Gutschein und wie du den kriegst, das verraten wir dir im Video, also es nützt dir nichts, wenn du jetzt unter dem Video auf den Link klickst, den Gutschein, wie du den kriegst, den verraten wir dir im Video und am besten soll sich der Michael gleich mal vorstellen. Ja, sehr, sehr gerne, vielen Dank, dass ich da sein darf, ich lutsche ein Bonbon, ich habe so ein bisschen Husten, deshalb bitte, ja, verzeiht mir. Also, mein Name ist Michael Kotzur, ich bin jetzt seit sieben Jahren im Online-Marketing tätig, Dezember 2015 habe ich angefangen, damals habe ich in Berlin noch Flaschen gesammelt und mache seitdem auch nur Affiliate-Marketing, habe meine eigenen Kurse, aber ich bin dem Affiliate-Marketing treu geblieben und reise um die Welt und ja, das war es erstmal. Ja, super, ich habe das Glück, dass ich die einmal wieder zu Hause erwische, weil sonst ist es immer schwer, die zu erreichen. Ja, was ist eigentlich die größte Herausforderung, was die meisten Webseitenbetreiber oder Affiliates oder eben Coaches, Berater, Networker haben? Ja, erstmal das Produkt zu finden, irgendwas zu finden, was einem vielleicht auch Spaß macht, das ist, glaube ich, das erste Problem. Die meisten kommen irgendwie so Richtung Geldverdienen, weil sie irgendein Video sehen und da erzählt jemand hier, guck mal hier, Rolex, alles out und so, drei Tage habe ich dafür nur gebraucht, komm in die Gruppe oder so, so ein Bullshit manchmal. Und dann kommen die Leute dann so langsam in das System rein und sehen dann, okay, man kann da wohl mit Geld verdienen oder so, glauben das immer noch nicht, dass man so viel Geld verdienen kann und dann testen die so ein paar Sachen. Also, manchmal fallen sie auch rein bei der ersten Idee oder bei der zweiten Idee, weil dann irgendwie so ein Trading-Bot hier, Network-Marketing da mit irgendwelchen Coins oder so oder auch Affiliate-Marketing und manchmal ist es so, dass es zum Beispiel auch auf YouTube, dass es manchmal sehr einfach dargestellt wird. Du postest einfach ein, zwei Links von Digistore24 und dann auf einmal verdienst du 1000 Euro am Tag oder so. Und das glauben manche Leute, aber Affiliate-Marketing, da kann man sehr einfach mit Geld verdienen, mit einer großen Reichweite, kann man sofort Geld verdienen, aber sonst ist Affiliate-Marketing meiner Meinung nach auch Fleiß. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Affiliate-Marketing ist ein bisschen Fachwissen und sonst ist es natürlich auch sehr viel Fleiß, etwas zu machen. Und die meisten Leute gerade am Anfang denken so, na, ich brauche ja gar nichts machen, weil es ja im Internet ist und weil da irgendjemand gesagt hat, ach, man kann viel Geld verdienen. Aber höchstwahrscheinlich diese Person, so wie ich jetzt auch, ich mache das jetzt seit sieben Jahren und auch wenn ich um die Welt reise, ich habe auch schon in New York gearbeitet, am Times Square, oben bei McDonalds in der ersten Etage, in Malibu bei Starbucks oder auch mein erstes Jahr 2016 in Cannes am Strand. Und ich habe auch am Strand gut Geld verdient, aber ich habe trotzdem was gemacht für mein Geld. Das war die erste Herausforderung bei jedem, dass man sich bewusst sein sollte, hey, das ist Affiliate-Marketing, man kann damit Geld verdienen, aber man muss ein bisschen was lernen und man muss ein bisschen Fleiß reinstecken. Das ist das Erste. Okay, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also vor allem muss man zuerst einmal, ich finde einmal Lernen eigentlich ganz wichtig, weil die Zeiten sind vorbei, wo man einfach irgendwelche Links postet. Also Lernen ist natürlich das A und O und Fleiß, muss ich auch sagen, weil es gibt halt immer zwei Möglichkeiten, wie man dann Traffic generieren kann. Entweder man investiert Zeit oder man investiert Geld und die meisten haben eben das Geld nicht, dann müssen sie die Zeit investieren und vor allem muss man dann auch fleißig sein. Und vor allem auch kontinuierlich, weil ich sehe ja immer wieder, da macht einmal wer was eine Woche und dann macht er wieder zwei Wochen nichts und das funktioniert natürlich auch nicht. Genau, das ist schade, gerade auch wenn du eine Webseite hast mit Backding-Aufbau und Co. Aber es gibt einen Fehler, du hattest was angesprochen, man investiert Geld oder Zeit. Das ist aber eigentlich auch eine Lüge, weil auch wenn du Ads schaltest und investierst Geld, musst du trotzdem viel Zeit investieren. Alle Marketer, die ich kenne, die wirklich auf Facebook-Ads und Co. spezialisiert sind, investieren trotzdem sehr viel Zeit, die Apps zu optimieren und so weiter. Also ich kenne Leute, die machen einfach mal 50 verschiedene Werbeanzeigen, bis die dann herausfinden, welche zwei, drei da gut laufen oder so. Also die investieren auch sehr viel Zeit. Also das ist jetzt nicht so, dass du nur Geld investieren musst und dann läuft der ganze Laden, auch die investieren Zeit. Und ich kenne da sehr, sehr viele Marketer, wenn die dann halt so einen Lounge haben oder so, dann haben die auch verschlafene Augen und so, weil sie auch die Ads immer wieder überprüfen. Weil wenn sie die halt zu lange laufen lassen, die Ads, die auch kein Geld bringen, dann sind sie auch Zehntausende von Euros in ein paar Stunden los, wenn du da Pech hast. Also Gratis-Traffic ist cool, zeitintensiv sicherlich, aber nur weil das halt Ads sind, heißt das nicht, dass du da keine Zeit investieren musst. Naja, ja klar. Und wenn wir so ehrlich sind, gratis, der Gratis-Traffic ist ja auch nicht gratis, weil du musst ja auch Zeit investieren und du musst ja den Stundenlohn einmal ausrechnen und wenn du den Stundenlohn hast, dann weißt, wenn ich jetzt eine Stunde, sage ich einmal, arbeite, dann kostet mir das auch 30 Euro, sage ich einmal, plus. Also je nachdem, was du für einen Stunden-Satz hast und ja, gut. Also ich rechte mit 400 Euro, wenn ich etwas anfange oder so, muss es 400 Euro die Stunde bringen, sonst bringt mir das nichts an, dass ich es liegen. Okay. Na, ein Vorteil beim kostenlosen Traffic ist ja dann der, dass man ja nur, oft nur einmal eine Zeit investiert, also wenn ich jetzt Suchmaschinenoptimierung mache oder einen guten Blogartikel schreibe, dann habe ich natürlich einmal die Zeit investiert und habe den Vorteil, dass ich dann immer wieder mit dem Blogartikel Geld verdiene. Klar, mit der Zeit geht man dann her, tut den Blogartikel nochmal überarbeiten, verbessern und so, aber trotz allem sind viele Strategien halt nachhaltig, das ist das Schöne. Wenn du keine Google Ads mehr schaltest, dann hast du keinen Traffic mehr. Genau. Oder wenn dein Werbekonto gelöscht und gesperrt wird, dann hast du auch ein kleines Problem. Deswegen ist es ja wichtig, glaube ich, dass man sich, gerade was die Traffic-Generierung betrifft, eher breit aufstellt. Natürlich sollte man nicht zu viele Sachen machen. Ich weiß nicht, inwieweit du jetzt zum Beispiel Social-Media-Marketing betreibst, um Traffic zu generieren oder wie viele Social-Media-Kanäle du generell hast. Ich teste immer wieder. Eine Zeit lang habe ich hunderte Social-Media-Kanäle gehabt, zum Beispiel am Anfang mit Instagram, wo man das noch automatisieren konnte mit einem Bot. Oder es gab ganz am Anfang, so ein Zeitraum von ein paar Wochen fast, gab es ganz tolle Facebook-Bots, die so in Gruppen reingespammt haben und so, und du wurdest nicht gesperrt. Und dann habe ich mir diesen Bot gekauft und ich wurde nicht gesperrt. Jede Minute konnte er ein Posting machen und so. 24 Stunden am Tag konnte er jede Minute in eine Gruppe reinposten und so. Und dann dachte ich so, wow, ich habe jetzt schon ein paar Euro zu verdienen. Wie ist das, wenn ich einen zweiten Account mache? Ich kaufe mir den zweiten Bot, den gleichen Bot natürlich, und habe den nicht mehr am Laufen bekommen. Und eine Woche später auf einmal, ja, jetzt bitte nur noch alle zehn Minuten posten und so weiter. Und deshalb habe ich sehr, sehr viele Strategien schon ausprobiert in meinem Leben. Aber viele Strategien in Social Media, wenn man das automatisieren möchte mit so Tools oder so, die haben nur eine begrenzte Lebenszeit. Und diese Bots, weil die Plattformen wollen das natürlich nicht, dass man da halt diese Bots einsetzt und so weiter. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich habe schon sehr, sehr viele Sachen getestet. Auch dieses Jahr gibt es natürlich tolle Sachen. Auch Kurzvideos zum Beispiel ist einfach so ein Trend. Da teste ich gerade auch wieder ein paar Sachen, auch für meine Kunden. Was da wirklich geht bei den Plattformen. Und jede Plattform ist ja auch anders. Gerade bei Traffic-Generierung. YouTube ist toll. Du hast unter dem YouTube Short, kannst du dir einen Link reinpacken. Der ist anklickbar. Bei TikTok hast du es leider nicht. Da müssen die Leute den Umweg gehen, nochmal in das Profil rein. Oder du hast hier vorne einfach diesen tollen Scan-Code, damit die Leute einfach fotografieren können. Und sowas geht natürlich. Ist ja natürlich auch mit Traffic-Möglichkeiten, ein YouTube-Video zu machen mit Content. Entschuldigung dafür. Das ist beim Rumreisen so, wenn du fliegst. Aber okay. Es gibt Schlimmeres. Aber es macht Spaß. Es macht mir verdammt viel Spaß, herauszufinden, wie ich gerade Traffic generieren kann. Und es muss dir auch Spaß machen. Wenn du auch einen Blog hast oder auch einen Blogbeitrag, den du mal geschrieben hast, einen Tipp, schreibt euch das gerne auch auf. Ich würde zum Beispiel so einen Blogbeitrag regelmäßig auch mal pinnen. Also beim Pinterest einen Pinn erstellen für den Blogbeitrag. Ja, vielleicht so alle sechs Wochen, alle zwei Monate, den gleichen Blogbeitrag mit ein anderes Foto pinnen. Macht auf jeden Fall, ja, was her. Pinterest schickt euch vielleicht ein bisschen Traffic, vielleicht mal ein bisschen mehr, wenn ihr das vernünftig macht. Pinterest ist eine tolle Traffic-Quelle. Aber ihr benutzt ja auch vielleicht Frageportale, wie gutefrage.net. Für mich war gutefrage.net 2016 das Ding, wo ich richtig viel Geld verdient habe. Mit einer bestimmten Taktik. Und die kann ich euch auch gerne verraten, weil das funktioniert heute nicht mehr. Früher hat man etwas gesucht und gutefrage.net. Es war immer ein Beitrag mit gutefrage.net in den Top Ten. Bei Google eigentlich, 2016. Aber es gab ein Problem. Genau dieses Problem gibt es bei jeder Plattform. Wenn ihr da zu viel Affiliate-Link postet, könnt ihr ruckzuck gesperrt werden. Und dann habt ihr dann halt ein Konto bei gutefrage.net. Postet dann halt den ersten Affiliate-Link, den zweiten, den dritten. Und die bringt euch auch Traffic. Dann durch irgendeinen doofen Zuverdenkt ihr. Ja, komm, ich poste jetzt den vierten Affiliate-Link. Mach nochmal ein Posting. Und euer ganzes Konto wird gesperrt mit den vorhandenen Links. Und Traffic bricht ein. Also, ihr habt immer das Problem bei diesen ganzen Plattformen. Die wollen halt nicht, dass ihr dann halt eure Affiliate-Links postet. Auch Foren. Es gibt so viele tolle Foren, wo ihr eigentlich Traffic abgreifen könnt. Aber die Moderatoren sagen eher, hey, wenn ihr euch da gut einbringt und gebt dann halt jeden Tag Content, dürft ihr ab und zu mal einen Affiliate-Link posten. Wenn ihr euch aber in so einem Forum anmeldet, was moderiert wird. Und euer erstes Posting ist ein Affiliate-Link. Egal, Amazon, Ebay, die E-Store oder so, ist die Wahrscheinlichkeit bestimmt bei 90% oder mehr, dass ihr sofort gesperrt werdet, wenn das moderiert wird. Und das ist das Hauptproblem, dass ihr dann erst richtig viel Zeit investieren müsst. Vielleicht euch beim Forum anmelden, paar Beiträge machen, paar Kommentare geben ohne Link. Und dann langsam ein paar Links reinstreuen. Und dann müsst ihr schon aufpassen, hey, nicht zu viel oder so, weil dann ist eure ganze Arbeit weg, weil euer Account auf einmal gesperrt wird und alle Affiliate sind weg. Das ist halt so. Dieses Spiel haben wir immer. Und ich kann euch eins sagen. Ich bin auf jeder Plattform fast gesperrt worden schon einmal. Ich bin auf jeder Plattform schon mindestens einmal. Selbst YouTube. Ich habe eine E-Mail-Adresse, da bin ich auf YouTube gesperrt worden. Ich kann mit dieser E-Mail-Adresse keinen YouTube-Account mehr erstellen. Ich bin bei Cora gesperrt worden. Facebook. Ich weiß nicht, wie viel. 100 Facebook-Accounts wurden mir bestimmt schon gesperrt. Jedes Mal ist die Arbeit weg. Gute-Frage.net. Ich habe da noch hunderte Links aktuell. Gute-Frage.net, auch wenn ich es nicht mehr benutze oder so. Ich habe dann irgendwann das halt so gemacht. Das habe ich dann auch machen lassen von jemand. Habe mir erst Gmail-Adressen gekauft. Habe dann eine Person immer gute-Frage.net-Accounts angelegt. Und die haben immer dann nur ein, zwei Fragen beantwortet mit einem Link. Und dann haben wir den Account vergessen. Nächster Account genommen. Wieder ein, zwei Fragen beantwortet. Den Account vergessen und so weiter. Selbst dabei wurden ab und zu mal selbst bei der zweiten Antwort oder so manchmal Accounts gesperrt oder so. Aber das war so das maximale, zwei Fragen beantworten und dann nächste Account. Das ist eine total viel Arbeit, was man da macht. Und da brauchte man halt echt eine Lösung, wo man einfach seine Affiliate-Links posten kann, ohne gesperrt zu werden, wo man auch dann halt vielleicht über eine andere Plattform wie Google Traffic generiert. Und da habe ich etwas, aber das können wir gleich verraten. Das ist ja auch dieser QR-Code. Da habe ich etwas sehr, sehr Geiles, wo ihr nicht mehr gesperrt werdet, wo ihr legal eure Affiliate-Links posten könnt. Und das bei fast jeder Nische, die es gibt im deutschsprachigen Raum und auch in Amerika. Aber egal. Hast du noch eine Frage? Da kommen wir natürlich gleich zu dem. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt eine gute Frage nochmal zufällig nochmal verwendet gehabt, weil mein alter Account ist sowieso einmal gesperrt worden. Und ich habe drei Links auf meiner Webseite noch. Also nicht einmal Affiliate-Link. Also ich habe sieben oder acht Fragen, würde ich mal sagen, ziemlich hochwertig beantwortet. Und genau dort, wo ich drei Links drinnen gehabt habe, genau diese Beiträge sind mir gesperrt worden, weil es quasi Eigenwerbung ist, beziehungsweise ja, es ist eigentlich immer so eine Sache mit den Links. Ja, also die gucken schon. Also jetzt, ich habe das auch nochmal versucht vor einem halben Jahr oder so. Da wurden dann, der Beitrag wurde noch dagelassen, aber die Links wurden rausgelöscht vom Moderator. Wo ich das halt Hardcore-mäßig gemacht habe, war wirklich dann halt, der ganze Account wurde dann immer gesperrt. Und dann muss man einfach so Masse und da muss man halt so ein bisschen experimentieren. Hey, wie weit ist das Limit? Wie weit kann ich gehen? Zum Beispiel bei Facebook war es eine ganze Zeit lang dann so 2017 rum. Zehn Posting in Gruppenreihen war okay. Aber wenn du über 20 Postings machst innerhalb einer bestimmten Zeit, war dann halt die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du gesperrt wirst, erst mal für 24 Stunden oder so. Das ändert sich auch immer mal so ein bisschen. Es kommt darauf an, auch bei manchen Plattformen, wie alt der Facebook-Account ist. Es kann sein, dass ihr einen acht Jahre alten Facebook-Account habt und dann könnt ihr da auch 50 Postings machen. Aber wenn ihr einen neuen Account habt oder so und macht dann halt zu viele Postings auf einmal, dann ist der ruckzuck auch weg vom Fenster und dann bringt es das nichts mehr oder so. Aber das macht mir am meisten Spaß, diese Hexe rauszufinden oder so, was gerade sehr gut läuft. Ich bin jetzt gerade auch bei, vielleicht nochmal etwas, damit wir auch ein bisschen Content hier haben. Schreibt euch das mal auf. Ich habe jetzt gerade einen Test gemacht. Ich habe zwei Instagram-Videos hintereinander hochgeladen auf meinen Kanal Michael Kötze und habe da 14.000 Aufrufe. 14.000 Reels-Aufrufe auf zwei Videos hintereinander, zwei Tage hintereinander. 14.200, 14.500. Und ich habe nur zwei, drei Abonnenten dazugewonnen durch 14.000 Aufrufen. Bei TikTok, ich kann mal ganz kurz gucken, einmal bei TikTok war es so, ich habe ein Video gemacht, das hat 10.000 Aufrufe auf TikTok und habe 47 Abonnenten bei TikTok dazugewonnen. So ist halt auch der Unterschied auf den anderen Plattformen. Bei TikTok sind die Leute sehr abonnierfreudig, bei Instagram nicht so. Bei Instagram habe ich sogar ein paar Follower verloren, rein theoretisch. Aber ich habe drei neue dazugewonnen und ja, verlieren ist auch, ja, dann gehen die weg. Bei YouTube ist es zum Beispiel so, da brauche ich manchmal nur 500 Aufrufe und habe dann auch ein paar Verkäufe bei 500 Short-Aufrufe, reicht schon aus. Und bei 500 Aufrufen habe ich jetzt auch wieder heute Morgen ein Video hochgeladen und auch dann ein Abonnent dazugewonnen und dann auch sofort einen Verkauf. So sind die Unterschiede auch auf den verschiedenen Plattformen. Das müsst ihr auch testen. Auch die Musik, auch das, was ihr sagt. Bei TikTok sage ich immer, mach das Plus weg. Bei YouTube sage ich sehr, sehr gerne, hey, Link ist im ersten Kommentar. Klick drauf und sichere dir das Angebot oder sowas. Cool, ja. Dann muss man das halt ein bisschen testen. Und mit den Short-Videos machst du regelmäßig Sales? Oder bewirbst du dann ein Produkt oder gibst du dann Content? Weil die Short-Videos bei YouTube, die sind ja, glaube ich, maximal eine Minute. Genau. Und das heißt, gibst du vorher Content und nachher den Call to Action oder? Unterschiedlich. Manchmal mache ich auch einfach so Videos, die lustig sind und so. Damit man Abonnenten bekommt und so. Oder es ist dann halt gezielt ein Verkauf. Das kann natürlich auch sein oder so. Ich mache auch so eine Mischung aus, ja, nicht immer, hey, kauf das, kauf das oder so. Das läuft manchmal sowieso nicht. Ihr kennt das bei den Leuten, die sehr viel E-Mail-Marketing machen. Wenn jeden Tag eine E-Mail kommt und jedes Mal eine neue Sau durch den Dorf getrieben wird und so, kauf das, das ist das Beste, kauf das, das ist das Beste. Das ist natürlich dann halt ein bisschen kontraproduktiv. Und ich teste auch immer die Formate. Also ich habe mir auch so eine Perücke gekauft letztes Jahr und habe dann halt Videos gemacht mit mir selber, wo dann halt ich dann halt etwas, eine Frage gestellt habe und dann mit Perücke habe ich mir eine Frage gestellt und dann halt mit Käppi habe ich dann geantwortet oder so, hey, das ist Bullshit oder so. Also so Spielereien und so. Und dann gucke ich natürlich auch, was die Zuschauer gerade wollen. Das ist total unterschiedlich und jede Nische ist da auch anders. Zum Beispiel habe ich dieses eine, auch bei den Kurzvideos ist Storytelling ganz cool. Das eine Video mit den 14.000 Aufrufen, was dann halt bei Instagram 14.000 bekommen hat. Das gleiche Video hat dann bei TikTok 10.000 Aufrufe bekommen. Da habe ich zuerst das Highlight gezeigt, ein paar Sekunden. Das ist halt dann ein Einkaufsroboter in West Hollywood, den ich halt so ein bisschen auf der Straße fällt und so. Und da habe ich zuerst das Highlight gezeigt, was passiert in dem Video. Und dann habe ich erst erklärt, was dann passiert. Also selbst da gucke ich immer mal wieder, was ganz gut läuft. Hätte ich das Video einfach nur ganz normal, so wie ich es aufgenommen habe, hätte es nur ein paar Aufrufen, weil es am Anfang zu langweilig ist. Aber dadurch, dass ich dieses Highlight einfach mal gezeigt habe, dass er auf der Straße umkippt und dann habe ich gesagt, ich zeige euch jetzt, was passiert ist. Und dadurch hat das halt viel, viel mehr Aufrufe. Also selbst da müsst ihr dann halt auch in 30 Sekunden, 60 Sekunden, müsst ihr dann halt irgendeine Story verkaufen. Wo ihr dann auch in den ersten paar Sekunden, übrigens ist es überall so, der Blogartikel muss am Anfang irgendwie, ja, catchen. Alles muss catchen am Anfang, die ersten Sekunden. Und dann, wenn ihr so einen TikTok macht oder irgendein Kurzvideo und sagt, oh scheiße, so habe ich einfach 20.000 Euro verloren oder so, ist es was ganz anderes wie, ja, es war 2016 und ich habe das und das gemacht, dann gucken die Leute schon nicht mehr. Aber wenn ihr dann anfangt und so, so habe ich 2.000 Euro verloren, 10.000 Euro verloren, dann fängt das Video ganz anders an. Und dann erzählt ihr erst die Geschichte, dann sind die neugierig. Oder ihr habt dann halt, das teste ich auch immer mal wieder, ich habe drei Tipps für euch und bla bla bla, aber passt auf, der letzte Tipp, der hat es in sich. Und dann sind die Leute natürlich neugierig und wollen auf den letzten Tipp und so. Und so ist es halt bei Traffic immer so, dass ihr halt auch eine Story erzählen müsst oder so. Einfach auch irgendwo einen Link posten oder so, bringt meistens nicht. Und wenn der Link dann noch falsch gepostet ist, weil es dann halt einfach nur ein Link ist, ohne Foto, ohne Information, einfach einen Bitly-Link oder so, klickt da sowieso keiner drauf. Und wenn da keine Interaktionen sind, egal auf welcher Plattform, egal ob Facebook, keine Likes, keine Kommentare, geht das Ding auch nicht viral. Traffic ist sowas von Geiles. Und ich kann euch allen sagen, wenn ihr Traffic generieren könnt, wenn ihr gratis Traffic generieren könnt, werdet ihr niemals mehr arm sein. Wenn ihr das verstanden habt, wenn ihr das auch verstanden habt, schreibt euch das auf, ihr werdet niemals mehr arm sein, ihr werdet niemals mehr keine Kohle haben, weil ihr könnt alles weggenommen haben. Jemand nimmt euch alles weg, was ihr habt. Ihr wisst einfach nur, wie man Traffic generiert. Gratis Traffic. Und ihr sucht euch einfach ein Produkt aus und wisst, hey, wie ich die Zielgruppe reiche. Ihr könnt euch immer wieder alles aufbauen, sofort, ohne irgendwelche Kosten. Das ist es halt. Und das ist das Geile. Auch so zum Beispiel nochmal ein Tipp vielleicht. Auch bei Facebook. Auch Facebook-Fanpages laufen doch richtig gut. Das ist eine Business-Fanpage, das ist was anderes, aber mit Fun. Und man macht erst zwei Postings mit Fun, die viral gehen. Und dann haut man den Affiliate-Link rein. So welche Sachen funktionieren auch noch. Wenn ich natürlich nur stumpf fünf Affiliate-Links am Tag poste oder so, dann werden die auch nicht viral gehen. Und dann werden die auch jedes Mal weniger Reichweite haben oder so. Ich muss dann irgendwann auch mal wieder gucken, hey, da ist dann halt die Follower, die ich schon habe, dass die wieder aktiviert werden. So ist es halt überall. Und das ist das Geile. Aber die meisten Leute am Anfang haben einfach Probleme damit. Und da möchte ich den Leuten helfen, nicht nur mit meinem Coaching, sondern auch mit meinen Plattformen, die ich jetzt öffne für meine ganzen Kunden, dass die dann halt viel einfacher Links posten können, Informationen posten können und das in jeder Nische. Und das einfach mal ohne gesperrt zu werden, ohne das Risiko zu haben. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, weil alles andere ist echt manchmal zu kompliziert. Oder es kostet dann noch mehr Geld, wenn du dann halt Zeit investieren musst in Facebook-Ads. und dann noch, ich habe so viele Leute kennengelernt, die einfach ein Business aufgebaut haben mit Facebook-Ads oder so und einfach Angst haben, dass ihr Werbekonto mal gesperrt wird. Und dann schon das zweite oder dritte Werbekonto aufbauen oder so. Oder den ihr Werbekonto wurde schon x-mal gesperrt und die haben dann halt 50 Werbekonten schon aufgebaut. Das ist auch kein cooles Business, wenn du dann halt immer Angst haben musst. Das hatte ich auch zum Beispiel bei guten Fragepunkten. Da hatte ich das auch früher so. Kann ich jetzt noch einen Beitrag machen oder so? Das war fast regelmäßig so. Der vierte Beitrag mit vier Linken, jedes Mal Links drin in jedem Beitrag. Der vierte wurde auf jeden Fall gesperrt. Und zwei oder drei gingen dann meistens gut. Ja, das ist dann auf jeden Fall. Und man hat auch mal, bei manchen Plattformen muss man ja auch manchmal so kämpfen, wenn es dann halt einen Mail-Debutton gibt oder so, dann ist es manchmal so, dass die Konkurrenz dann auch einen meldet. Bei Cora habe ich das zum Beispiel, das Gefühl, dass sehr, sehr viele Leute auch antworten, melden und so, damit irgendein Link dann halt da noch stehen bleibt und so. Also damit muss man ja auch nochmal so ein bisschen kämpfen. Das ist auch bei Werbeanzeigen oft so. Ich kenne auch viele Leute, die Werbeanzeige machen und so. Und dann sagen die mir, ja, wenn ich die und die Nische da noch drin habe oder so, dann melden die immer unsere Werbeanzeigen oder so, habe ich das Gefühl. Das hat man ja natürlich auch nochmal so zu kämpfen mit der Konkurrenz, die dann halt einfach mal ein bisschen neidisch ist, weil man halt ein bisschen mehr Geld verdient oder auch ein besseres Posting gemacht hat. Das ist ja auch so. Seien wir mal ganz ehrlich, so ist es. Ja. Ich kenne das. Es ist ja, lieber Buch geschrieben, über das Thema Affiliate Marketing und bei Amazon ist es ja auch so, da weiß ich, da ist auch der Neid da und da kriegst du dann negative Kommentare oder beziehungsweise negative Rezessionen. Und ich weiß definitiv, dass dir das Buch ja nicht gekauft hat, weil du siehst ja, ob einer gekauft hat oder nicht und der hat einfach eine negative Rezension reingekommen. Ich finde das halt immer traurig. Man muss natürlich in unserem Business damit leben, aber statt dass ich mich darauf konzentriere, dass ich was lerne von jemandem und dann das vielleicht besser mache oder anders mache, dann sollte ich dann lieber was Negatives schreiben, die ganzen Trolle, sage ich mal. Und ja, mit dem müssen wir halt leider Gottes leben. Ja, und das Stimme ist auch, die Leute sind manchmal unwissend. Also, wo ich mit TikTok angefangen habe, mein erster Account wurde auch gesperrt, auch auf dieser Plattform oder so, weil ich ein bisschen übertrieben habe oder so, aber das war echt, ich habe so viel Geld auf TikTok am Anfang verdient. Und dann versucht man ja auch, die Grenze auszureizen und so. Und ich habe einfach nur meine Einnahmen gepostet von einer Woche bei Digistore und dann hat TikTok echt den Grund gefunden, dass ich dann persönliche Daten veröffentlicht habe und deshalb haben sie mich dann gesperrt. Das war der Grund. Erstens stand da wegen Betrug und so, habe ich einsprachend und dann haben, weil ich persönliche Daten veröffentlicht habe und so. Aber das ist ja egal. Aber ihr habt dann halt eine neue Zielgruppe und die neue Zielgruppe weiß nicht, was Affiliate-Marketing ist. Also ich hatte das, diese TikTok-Leute dachten, Affiliate-Marketing ist Network-Marketing. Da waren total viele Leute. Und da muss ich sagen, nein, das ist nicht Network-Marketing. Du brauchst kein Starter-Paket kaufen und so weiter. Das ist was völlig anderes. Und je nachdem, wenn man dann eine Zielgruppe erreicht, ist es halt so, dass die dann halt, alle denken immer, sie sind halt so intelligent, ist aber manchmal gar nicht so. Genauso wie, das ist seit fünf Jahren, die Hälfte der Leute fragen mich, ja, wie viele Werbeausgaben hattest du denn? Und ich muss immer sagen, du, ich hatte keine Werbeausgaben beziehungsweise Zeit als Ausgabe oder so, aber ich habe in meinem Leben jetzt noch keine tausend Euro oder knapp über tausend Euro an Facebook-Ads, an sonstigen Experimenten gemacht. Mehr habe ich nicht an Ads rausgehauen, weil eine Geschichte habe ich noch nie erzählt. Ich habe mir so einen Videokurs gekauft mit Facebook-Ads und so. Der war auch ein guter Kurs. Und dann habe ich eine Golf-Seite. Da dachte ich, okay, das Thema Golf wäre cool, weil ich dann bei Facebook Golfer raussuchen kann mir. Und dann habe ich mir bei Digistore ein Golf-Produkt rausgesucht und habe dann halt 200 Euro da investiert in Ads. Und hatte nach 200 Euro Investment und habe bei Golfer die Nische. Da dachte ich, ja, toll, das müsste ja Facebook hier rausfinden, wer Golfer ist. Und habe dann 200 Euro investiert und nicht einverkauft gehabt. Und da habe ich mich so geärgert, weil für 200 Euro hätte ich eine Nischenseite aufgemacht, hätte ein paar Text da sagen können, hier schreibt mir mal ein paar Texte und die Seite hätte einfach mal zwei, drei Jahre vielleicht Geld gebracht oder so, weil ich dann halt das noch ein bisschen SEO-optimiert hätte, die Seite und so. Und seitdem mache ich das auch nicht mehr. weil Gratis-Traffic ist halt schon einfach, wenn man das kann. Und so sind meine Learnings. Ja, ich weiß, manchmal lasse ich auch ein bisschen Geld liegen. Gerade dieses Retargeting finde ich sehr, sehr spannend, dass man die Leute gratis auf eine Seite bekommt, hat dann ein Pixel drauf und sagt dann halt, die Leute waren schon organisch auf meiner Seite und dann gebe ich ein bisschen Geld aus, damit ich dann halt die Leute nochmal ansprechen kann. Das sind schon tolle Themen. Das kann man auch machen. Aber man kann nicht überall Experte drin sein. Genau. Also ich denke ja, wenn man Google Ads oder Facebook Ads schaltet, dann sollte man Experte sein. Und man muss halt wahrscheinlich vorher einiges an Geld ausgeben, damit einmal überhaupt, die arbeiten ja glaube ich schon sehr viel mit KIs, so wie bei Google, glaube ich mit der Max-Performance-Strategie oder so. Da kannst du teilweise ja gar nicht mehr viel manuell einstellen. Das wird ja alles automatisiert gemacht schon. Da lernt halt Google dann selber dazu. Und ja, und da musst du dann ein gewisses Werbebudget einmal investieren, damit die ganze Software dann richtig eingestellt ist, sage ich einmal. Ja, auf jeden Fall. Und ja, das beste Thema jetzt, was du gesagt hast, Gratis-Traffic. Wie kann man jetzt Gratis-Traffic generieren? Du hast da jetzt ein super Produkt am Start. Deswegen machen wir ja mehr oder weniger das Interview, weil ich habe das sehr spannend gefunden, wenn man zu einem mit dem Produkt eben Traffic generieren kann auf seine Produkte und andererseits auch wieder, wenn man Blogger ist oder eine Webseite hat, natürlich auch Backlinks bekommt. Und was hast du da jetzt so Geheimnisvolles? Genau. Also, wir haben gerade schon darüber diskutiert. Der Name ist vielleicht nicht der beste super Affiliate-System, weil du kannst dieses System auch nutzen, wenn du Dropshipper bist, Coach, hast du deinen Blog oder, oder, oder. Kannst du dieses System nutzen. Und ich öffne das erste Mal an einer breiten Masse meine Webseiten. Ich habe 50 Foren zu unterschiedlichen Themen. Natürlich Schwerpunkt, Geld verdienen im Internet, Affiliate-Marketing, ein bisschen Börse, aber auch Dating, Fitness, amerikanische Foren zum Thema Geld verdienen und diese 50 Foren öffne ich für euch und ihr könnt dort eure Werbung reinposten. Aber in diesen Foren darf sich nicht jeder anmelden, sondern nur Kunden von mir. damit dann halt nicht Leute einfach etwas rumspammen, Entschuldigung, damit ich wirklich auch eine Übersicht habe, was da gepostet wird und das Geniale ist, ich denke mal, dass viele Leute fast davon leben können oder auch mehr Geld verdienen können, je nachdem, wie fleißig sie sind von diesen 50 Foren, weil ihr dürft in diesen 50 Foren, in jedem Forum, drei Postings pro Tag reinpacken mit Affiliate-Links. Ihr werdet nicht gesperrt, es gibt nur eine, ein Gesetz, es muss themenrelevant sein. Natürlich postet ihr keine Hundeleine oder so im Affiliate-Forum rein oder so, aber das bringt natürlich nichts. Das könnt ihr im Tierforum reinposten, wenn ihr eine Hundeleine habt oder so, da gibt es auch noch ein Tierforum. Und auch im Geldverdienen-Forum postet ihr jetzt nicht irgendwie einen Tinder-Kurs rein, sondern dafür gibt es die Dating-Kurse, Ex-Zurück-Gewinn, die Foren. Also ihr müsst systemenrelevant reinposten, das ist das Einzige. Und bei den zwei amerikanischen Foren ist es so, ihr müsst eure Postings in Englisch machen, aber ihr könnt rein theoretisch bei den amerikanischen Foren auch zum Beispiel JVZU, dann Clickbank und so weiter die ganzen Plattformen von oben bis unten einfach da reinposten. Ja, drei Postings am Tag pro Forum, aber ihr könnt die ganzen Produkte reinposten. Genauso auch Digistore24. Eigentlich gibt es in jeder Nische, die es bei Digistore24, Coop, Card und Co. gibt, gibt es ein Forum und ihr könnt einfach fast jedes Produkt nehmen und dann halt dort im Forum reinposten. Irgendwo gibt es immer ein Forum und das stelle ich euch vor. Und da könnt ihr euch hier anmelden über den QR-Code oder beziehungsweise unten bestimmt mal auch einen Link draufklicken. Und ja, wir haben gerade noch einen Deal ausgegangen, da ist irgendwo da unten noch ein Link. Da kriegst du einen 10%-Gutschein. Den kannst du dir sichern. Ich weiß noch nicht was. Schau einfach mal, klick einfach auf den Link. Weder musst du dich eintragen im Newsletter, dann kriegst du einen 10%-Gutschein oder du kannst den Roland gerne auch anschreiben auf Instagram. Dann schick dir eine privaten Nachricht mit einem 10%-Gutschein. Aber pst, ich habe ihn verboten, diesen öffentlich zu machen. Das ist nur für Follower vom Roland oder du musst halt deinen Newsletter abonnieren. Genau, also genau, der Gutschein-Code gibt es auf Instagram.com schrägstrich Rolandham zusammengeschrieben. Mir private Nachrichten schicken, am besten auf Folgen und ich poste natürlich unten noch mal meinen Lead-Magneten rein. Das heißt, ich habe einen coolen Report zum Thema Geld verdienen. Wenn du dich da eintragst zum bestimmten Zeitpunkt, dann sende ich dir den Gutschein-Code da dazu. Am besten ist, du antwortest gleich drauf, nachdem du die Eintragung hast und dann lasse ich dir den Gutschein-Code zukommen. Ich poste natürlich nach unten dann meinen Blogartikel rein. Ich habe natürlich auch das Produkt getestet und finde es eigentlich cool. Deswegen auch das Video und du kannst dir meinen Blogartikel auch nochmal anschauen. Wenn du mir da eine Nachricht schickst, wie gesagt, über meinen Blog oder so, dann können wir natürlich auch nochmal was machen mit dem Gutschein-Code. Aber der Gutschein-Code wird auf jeden Fall nicht öffentlich sein. Und jetzt noch etwas. Also du hast einen Blog. Du kannst deinen Blog da reinposten und dann Traffic auf deinen Blog bekommen und einen Backlink. Du hast einen Dropshipping-Shop zu den bestimmten Themen und kannst das Produkt da reinposten und deine Produkte dort bewerben. Du hast einen Affiliate-Link, du kannst sofort auf das Produkt leiten und so. Du kannst natürlich auch in diesen Formen, es gibt eine kleine Anleitung, es gibt ein paar Videos oder so, es ist aber kein Videokurs, es gibt nur ein paar Videos, es gibt eine Telegram-Gruppe, es gibt auch ab und zu mal ein Coaching live per Zoom von mir, wo ich da nochmal Tipps raushaue. Gerade jetzt am Anfang, jetzt beim Launch, gibt es da noch das ein oder andere Live-Coaching von mir, wo ich alle Fragen beantworte. Ihr könnt eure eigenen Fotos in den Foren reinpacken, also ihr könnt mit Canva ein Foto machen, ihr könnt die Produktverpackung reinposten und verlinken und auch mit den KIs, es gibt ein bisschen was an Informationen, wie ihr die Forum-Beiträge noch nicht mal selbst schreiben müsst, sondern ihr könnt einfach KIs benutzen, diese Informationen bekommt ihr auch noch, auch wie das aufgebaut werden soll, damit ihr da High-Traffic drauf bekommt und es hat auch noch ein paar andere Vorteile. Zum Beispiel, wir hatten gerade darüber gesprochen, Pinterest. Es gibt viele neue Accounts, die können keine Digistore-Links posten und auch keine Amazon-Links und werden sofort gesperrt oder beziehungsweise die werden gar nicht angezeigt bei ganz neuen Accounts. Also ich weiß nicht, warum, bei mir funktioniert das, ich kann einfach einen Digistore-Link posten, ich kann auch einen Amazon-Affiliate-Link posten bei Digistore. Aber du könntest jetzt zum Beispiel das als Zwischenpage nehmen, du machst einen Forum-Beitrag mit dem Digistore-Produkt und verlinkst deinen Forum-Beitrag zum Beispiel bei Pinterest und schickst die Leute dann von Pinterest erst in das Forum rein, dort ist der Affiliate-Link, also auf Plattformen, wo du keine direkten Affiliate-Links posten kannst, kannst du das Forum auch nehmen und es ist auch noch themenrelevant, um dann halt dort eine Mikropage zu haben, weil du kannst da so einen Forum-Beitrag einfach mal, in ein, zwei Minuten ist das Ding fertig und brauchst nicht extra noch eine Landingpage machen und hast dann einfach da halt so eine Bitch-Page auf den richtigen Affiliate-Link, weil es gibt bestimmte Links, die sind einfach bei ein paar Plattformen einfach gesperrt oder bekommen auch nicht so viel Reichweite, es gibt auch immer mal wieder so die Gerüchte, auch so Digistore-Links oder so auch bei Facebook, ihr postet einfach einen normalen Digistore-Link rein, ungekürzt, der bekommt einfach nicht so viel Reichweite, wie wenn das halt euer Blog-Beitrag ist oder sonstige Sachen und die Leute klicken auch nicht sofort drauf, wenn die halt schon ein bisschen Erfahrung haben und sehen dann, das ist ein ungekürzter Digistore-Link, ist dann halt, ja, nicht so interessant, wie wenn das dann der Link ist zu einem Forum-Beitrag und da klicken die Leute drauf und dann im Forum-Beitrag auf den Affiliate-Link und dann kommen die auf die Seite. Da kann man verschiedene Strategien anwenden. Ein etwas sehr, sehr Geiles ist, zum Beispiel, also, ganz wichtig, die Videos müssen öffentlich sein bei YouTube, aber du könntest jetzt auch dieses Video in ein Forum reinposten, wenn es freigegeben ist und dann dann einen Affiliate-Link runterposten. So welche Taktiken gehen auch. Es gibt YouTuber, die geben ihre Videos frei, dass man die auf Webseiten einbetten darf und dann könnte man zum Beispiel auch Affiliate-Links drunter posten oder ihr habt zum Beispiel einen Nichtraucherkurs, den ihr bewerben wollt, sucht euch bei YouTube ein Video raus zum Thema Nichtraucher werden, postet das in einen passenden Forum, zum Beispiel in einen Fitnessforum dann rein und packt dann den Link zu Digistore da rein und die Leute können sich das Video anschauen und darunter sehen die dann halt zum Beispiel das Produkt oder Freebie oder so. Ihr könnt ja auch alles posten, wenn ihr eure E-Mail-Liste aufbaut, ihr könnt eure Freebie dort bewerben. Also der Fantasie sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt, aber ihr könnt auch Videos einbetten und Co. von anderen Leuten auch, wenn die freigegeben sind. Jeder Creator kann das ja dann halt aussuchen per Klick, möchte ich, dass meine Videos einbettbar sind oder nicht. Und du entscheidest dann halt, ob du dann halt diesen Content nutzen kannst oder so. Das sind sehr, sehr viele. Und das werde ich euch auch noch zeigen, was man da alles machen kann. Also mir ist jetzt da noch was eingefallen, ist natürlich, wenn du Online-Marketer bist und ein eigenes Produkt hast und ein Affiliate-Programm, dann könntest du über diese Foren natürlich dann auch Affiliate-Partner suchen und dein eigenes Partner-Programm bewerben. Also du hast da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, finde ich. und das macht das Ganze interessant und weil du natürlich wirklich offiziell Links posten darfst, ohne dass gleich gesperrt wirst. Da aber jetzt noch etwas. Du hast ein eigenes Produkt. Es gibt ein paar Foren zum Thema Affiliate-Marketing gibt es eine Kategorie bestehend von Lounges. Also dann musst du sogar, wenn du, also sonst kriegst du Ärger mit mir, wenn du einen Produkt-Lounge hast und postest den da nicht rein und sagst, hier, ich habe einen Produkt-Lounge an den und den. Hier ist die Partner-Seite. Du musstest da rein posten und es kriegst du Ärger mit mir. Ich habe dafür extra die Kategorien eingepackt. Du musstest. Ja. Cool, ja? Das ist dann halt Voraussetzung. Oder auch, es gibt ein paar Foren, gibt es dann auch Vendorname, also Marketer-Namen und wenn du dann halt sagst, hey, ihr könnt euch die Kategorien auch aussuchen, ihr könnt dann halt in der Telegram-Gruppe reinschreiben, hey, Michael, in den und den Forumen möchte ich noch die und die Kategorie, zum Beispiel gibt es auch Bilder-All-Kategorien, wer Bilder-All-Affiliate ist, kann dort seine Bilder-All-Affiliate-Links reinposten, bisschen Content geben, zum Beispiel über Neuerungen und, 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 und dann dürft ihr eure Bilder-All-Affiliate-Links reinposten. Aber ihr seid zum Beispiel dabei, jetzt mehrere Produkte auf den Markt zu bringen, dann packe ich euer Name dort unter Marketer rein und dann könnt ihr immer News über euch in ein Forum reinschreiben, auch eure neuen Produkte, eure Vorstellungen und so, wer ihr seid und so weiter. Das könnt ihr auch machen und so, also, das ist so genial und ich dachte mir so, das war so, also, es wird da immer im Affiliate-Marketing, wird so, ah, das nächste große Ding und so und die Revolution und keine Ahnung was, aber ich wollte etwas mal machen, was wirklich dann halt für jeden etwas Cooles ist und dann zu einem erschwinglichen Preis. es gibt sogar noch einen Bonus, aber das verrate ich alles, nur wenn ihr euch anmeldet hier über den Link, es gibt nämlich noch ein paar Bonus-Sachen. Super, ja, ich kann nur empfehlen zum Anmelden, weil das endlich ein Produkt ist mit Mehrwert, das nicht ausgelutscht wird und je mehr da natürlich dabei sind, desto besser ist es natürlich auch, weil man ja alles Mögliche bewerben kann. Ja, lieber Michael, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Interview und hätte ich noch gebeten, dass du noch abschließende Worte sagst, was für dich. Sehr, sehr gerne. Also wenn ihr, egal wo ihr jetzt gerade steht, wenn ihr Anfänger seid oder habt die ersten Schritte oder so, nicht aufgeben, gibt nicht auf, es lohnt sich einfach und es muss nicht immer eine Rolex-Uhr sein für 17.000 Euro oder so, auch die Freiheit um die Welt zu reisen, eure Familie zu ändern, von zu Hause aus zu arbeiten, eure Wünsche zu erfüllen, macht es. Aber bitte seid fleißig. Lasst euch nicht einreden, es gibt nur einfach so drei Klicks und dann macht ihr 10.000 Euro im Monat und braucht nichts mehr machen und das ist alles passiv. Seid einfach ein bisschen fleißig und dann funktioniert das auch. Weil auch durch den Fleiß seht ihr dann halt, habt ihr viel mehr Informationen, welche Produkte gut laufen, weil ihr halt fleißig arbeitet, wertet die Ergebnisse aus, was ihr gut verkauft, konzentriert euch da drauf, sucht euch eine Nische dann später. Am Anfang macht mehrere Nischen gerne, sucht euch dann eine Nische, die euch gefällt, wo ihr auch Spaß habt, Content zu erstellen und dann werdet ihr erfolgreich. Und die meisten Leute hören viel zu früh auch auf im Affiliate-Marketing. Die fangen einfach an und dann erzählt irgendjemand in einem YouTube-Short, ich habe ja die neue grüne Wiese gefunden und hier haben wir eine viel, viel grünere Wiese, weil wir hier was Neues haben. Nein, Bullshit. Wenn du Affiliate-Marketing kannst, du kannst doch sowieso jedes Produkt bewerben. Und das ist doch scheißegal, ob das jetzt irgendwelche Pillen sind, irgendwelche Technik-GoPro-Kameras oder, oder, oder. Du kannst alles im Affiliate-Marketing bewerben. Das muss ja noch nicht mal ein Infoprodukt sein oder so. Natürlich, Infoprodukte sind schon cool, weil die Margen da besonders hoch sind. Wo es bei Amazon halt vielleicht 3% gibt oder so für eine Technik-Sache oder so, gibt es dann bei Infoprodukten auch manchmal 50%, bei Events 30%. Das lohnt sich natürlich extrem. Aber sei einfach fleißig und dann passt das. Und abonnier diesen YouTube-Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Super. Vielen, vielen Dank. Ja, abschließend natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib bitte einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal, klick auch die Glocke und lieber Michael, ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, fette und servus. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020